WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sie sehen heute Abend besonders bezaubernd aus. Wir haben ein Problem. Gut. Die Identitäten unserer Agenten wurden enttarnt. Das Land befindet sich im kompletten Chaos. Und das Universum schickt mir Sie. Sir! Ja, schon gut, Baph. Wir gehen auf eine Mission, nicht in die Flitterwochen. Natürlich, Sir. Sie laut Südfrankreich, Sir. Schalte die Raketen, Schaf. Das sind nur Radfahrer? Es sind französische Radfahrer, Baph, und sie behindern den Geheimdienst Ihrer Majestät. Sie ist der Schlüssel zu diesem Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals einen Mann wie Sie kennengelernt habe. Darf ich diese Unklarheit für Sie beseitigen? Haben Sie nicht. Virtual Reality? Man geht voll darin auf, es gibt Menschen, die ihre Umgebung völlig vergessen. Ich denke, wir können garantieren, dass das nicht passieren wird. Ähm... Sagen Sie mir, dass der Agent, den Sie vor Ort haben, irgendwelche Fortschritte macht. Ziel erfasst. Jetzt sollten wir den aufblasbaren Schuhkarton einsetzen. Nein, nicht den Wagen öffnen! Kommen Sie irgendwie an den Türgriff? Nein, nicht wirklich, Sir. Magnetische Stiefel. Brillant, Sir. Niemand darf auch nur ahnen, dass wir hier sind. Bis zu unserem Wiedersehen. Das ging schneller als erwartet. Au, 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 au. Au, 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 au.